So, da spielen wir im Trend. Ich glaube es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Let's Play Shakes & Fidget. Jawohl, wir haben uns heute hier versammelt, um auf das Jahr 2012 zurückzublicken, aber jetzt nicht aus der Mainstream-Sicht, sondern aus der Sicht eines Let's Players in Bezug auf Shakes & Fidget. Es ist viel passiert und jetzt nicht nur, was das Spiel anbelangt, sondern auch generell den Bezug auf Let's Plays mit Shakes & Fidget, Browser Games allgemein, welche Updates hinzukamen, welche Projekte hier auf Spieletrend kamen und solche Sachen und welche schlechten Quests der Schilling immer bekommt. Und deshalb werde ich jetzt geschickt, das habe ich im Klo gestern umgewandelt und mir das Item gar nicht mehr angesehen, aber da hat sie was viel besseres. Und ich werde jetzt so auf das Jahr zurückblicken, in chronologischer Reihenfolge von Anfang 2012 bis heute, was denn so alles passiert ist, welche Updates rauskamen und habe mir da so eine Liste gemacht, jetzt die letzten Tage über, alles zusammengesucht, sämtliche News. Und da fange ich jetzt einfach mal an, während ich hier nebenbei ein bisschen Spiele, Queste und dann werde ich auch immer dementsprechend, genau worüber ich rede, das entsprechende Update herzeigen. Also Anfang 2012 war eher etwas gemütlich, kann man sagen. Also da hat es mal gedauert bis zum 23.02., also fast zwei ganze Monate, bis mal das erste Update angekündigt wurde. Und zwar Update Punkt 424 wurde angekündigt. Und was hat sich da geändert? Sachen, die für heutiger Sicht schon selbstverständlich sind. Was geändert wurde, ist, dass bereits angegriffene Spieler farblich gekennzeichnet werden. Das kam erst sehr spät hinzu, wenn man jetzt vom Release des Spiels ausgeht. Und zwar habe ich hier zum Beispiel Mr. MK in Stufe 308, der Magie habe ich vorhin angegriffen, weil der keine Tränke hat. Deshalb sinkt der jetzt etwas im Rang. Ich weiß nicht, ob der auf Urlaub ist oder komplett aufgehört hat. Er ist auf jeden Fall noch in der Gilde Endgegner. Jedenfalls, den habe ich angegriffen. Soll aber nichts zum Thema sagen. Es geht nur darum, wenn man jemanden angegriffen hat und in der Zwischenzeit den Browser nicht schließt, sondern in einer Spiele-Session wird das genannt. Also ich spiele jetzt, greife ich zum Beispiel noch irgendjemanden an. Wen greifen wir an? Vielleicht ist hier, oh, Stufe 284er. Puh, der hat viel Intelligenz, aber probieren wir einfach mal, komm. Den greife ich jetzt an. Leffi heißt dieser Spieler oder diese Spielerin. Oh, was habe denn ich für ein Glück? Ich habe sehr viel Glück. So, Leffi habe ich jetzt angegriffen und die ist jetzt auch dunkel, orange, braun, wie auch immer man das bezeichnen möchte, eingefärbt. Das heißt, das ist dafür da, wenn ich für das Sammelalbum die Spieler durchgehe in der Rangliste und sagen wir mal, ich mache das rein zufällig irgendwie und da ganz unten merke ich mir die Namen nicht, dann sind die schon eingefärbt und ich kann praktisch so, ah, okay, den habe ich jetzt schon für das Sammelalbum angegriffen, den werde ich heute nicht mehr angreifen müssen, weil der wahrscheinlich keine neue Ausrüstung bekommt und ich brauche halt die Items für das Sammelalbum. Das kam dazu. Eine sehr gute Änderung, muss ich sagen, vor allem für mich als jemand, der eher faul ist, hier im Sammelalbum alles zu suchen. Ich meine, auf S20, ganz am Anfang, habe ich das sehr gut gemacht. Ich bin auch bei 99,06%, aber das war eine sehr gute Änderung. Dann gab es auch die Weiterleiten-Funktion im, ja, was kann ich da jetzt öffnen? Bitte lesen, wichtig, ich kann jetzt hier die Post weiterleiten. Das heißt, einfach eine Nachricht, die ich erhalten habe, kann ich an einen weiteren Spieler eins zu eins so schicken, ohne da jetzt irgendwas kopieren zu müssen. Und dann gab es noch ein paar Änderungen am Gilden-Chat. Das war das erste Update, mit dem man in 2012 sozusagen hineingestartet ist. So, dann kam einen Tag danach Server 19 Start. Ja, also mit Server 19 hat es angefangen in 2012. Das heißt, da sind schon einige Server in der Zeit online gewesen. Und dann wurde am 19.03. das nächste Update, Punkt 439 angekündigt, beziehungsweise es ging schon online. Und zwar kamen da hinzu, da muss ich jetzt in die Gilde klicken, die Gilden-Wappen, das war das erste riesige Update in dem Jahr, also wirklich riesig. Das andere, jetzt mit den Einfärbungen, das war nur so klein, war auch cool und irgendwie sehr wichtig, aber nein, aber auf jeden Fall ein riesiges Update. Gilden-Wappen, zwar kommt man mit diesem Pfeil hier zum eigenen Gilden-Wappen, welches man bearbeiten kann. Andere Spieler können Vorschläge machen und der Gilden-Leiter kann diese dann übernehmen. Dann, die Toilette der Arkanen-Götter kam hinzu. Ja, die gibt es auch erst seit 2012. Da werde ich heute noch überall ziehen können, beziehungsweise auf zwei Server. Und ich mache das gleich mal hier, wenn ich schon da bin. Oh mein Gott, der größte Schrott. Aber ich bin auf Aura 16. Ja, hui. Und weg damit. So, fast 10 Millionen, einmal noch schnell skillen. So, da la, die Toilette. Genau, dann die neuen Epics aus dem WC, wo ich jetzt leider keines gesehen habe. Aber vielleicht auf S17, glaube ich, konnte ich auch im Klo ziehen. Das war jetzt ideal. Genau. Da muss ich noch ein Item verkaufen. Und vielleicht finde ich jetzt eines von den neuen Epics. Oder habe ich sogar noch eins? Ich glaube nicht. Jedenfalls kamen da einige neue Epics hinzu. Einige neue Epics hinzu. Das war auch ein neuer Teil dieses großen Updates. Und dann, was sehr wichtig ist auch für mich. Das habe ich damals dann immer gemacht. Aber jetzt, man kommt einfach auf so vielen Server nicht mehr hinterher. Lehren für den Posteingang. Man kann sein gesamtes Postfach lehren. Diese Funktion gab es auch nicht schon immer. Dann den Gildenbefehl Slash Level für das Level-Durchschnitt. 139 ist das hier bei uns. Auf Server 14 bei der Spieletrend-Gilde. Und die Itempreise sind nun direkt in der Taverne angezeichnet. Wenn ich jetzt hier in der Taverne ein Item habe und ich fahre mit der Maus drüber, dann sieht man den Verkaufswert des Items. Das ist immer zufällig. Das hat jetzt nichts mit dem Item zu tun. Das wird eigentlich hauptsächlich zufällig zusammengewürfelt. Und da wusste man nie, nehme ich jetzt diese Quest an oder die andere mit Gold. Weil man eben nicht voraussehen konnte, wie viel Gold das im Verkauf gibt. Und deshalb wurde diese Änderung eingeführt. Man sieht schon in der Taverne, wie teuer ein Item ist. Und die Level-Ups und Dungeons werden im Gilden-Shed angezeigt. Aber die werden dann nur mehr später in niedrigeren Intervallen angezeichnet, dass nicht jedes Level-Up wirklich dokumentiert wird. Also am Anfang wird da nur, ich weiß nicht, alle 10 Level und dann jeder Dungeon, dann nur jeder Endgegner-Dungeon. Außer im 13. Stock, da wird dann irgendwie auch jeder angezeigt. Oder wenn es dann weitergeht, ich weiß es nicht so ganz genau. Jedenfalls werden da verschiedene Meldungen kommen da in den Gilden-Chat mit den Level-Ups und den Dungeons. Aber ja, das ist recht nett. Dann weiß man gleich, was passiert ist. Aber oft steht dann so viel im Chat irgendwie. Und klar, jeder levelt und ja, aber kann man jedem gleich gratulieren. Ist auch ein bisschen so ein soziales Update für die Kommunikation untereinander noch gewesen. Ja, das war dieses Update. Dann geht es schon weiter zum 27.04. Da ist Server 20 gestartet und gleichzeitig mein Kundschafter hier geboren. Oh ja, mein Kundschafter hat das Licht der Welt erblickt und ist praktisch dann 267 Level im Jahr 2012 aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob ich das Level-Up schon in diesem Jahr hatte oder im vorigen. Weiß ich jetzt nicht so genau. Jedenfalls schon krass, wie schnell man leveln kann in nicht mal ein ganzes Jahr. 27.04. ist er gestartet. Das war schon da mittendrin im Jahr. Ja, und jetzt bin ich so weit gekommen mit diesem Charakter. Das heißt, das ist schon der zweite Server dann, der in diesem Jahr gestartet ist. Dann geht es weiter mit dem 22.06. Shakes and Fidget Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Und aus diesem Grund gab es dann auch noch einen Server-Start gleich, von einem zum nächsten. Und zwar, das war der 21. Server, Server 21, also jetzt schon der dritte Server in diesem Jahr. Die Welt 1, die eröffnete am 22.06.2009 um 18 Uhr das Licht der Welt, habe ich mir rausgesucht. Also ich habe das jetzt nicht alles auswendig gelernt. Ich habe das zusammengetragen, recherchiert und mir hier aufgeschrieben. Ja, und da bekam jeder Spieler 10 Pilze automatisch auf sein Konto gutgeschrieben. Dumm-Didum. Da gab es auch jetzt einen Pilz, hat man da bekommen. Zwischendurch mal, da kommen wir schon noch dazu, weil man sonst kein Bier in der Taverne trinken konnte beim Oktoberfest. Aber das wird gleich noch erwähnt. Wir sind aber erst beim 7.8. jetzt. Und zwar, das war jetzt kein Shakes and Fidget Update oder so, aber da startete Magiatagebuch. Das ist jetzt schon wieder so lange her. 7.8. und zwar mit den Zielen Level 150, habe ich schon erreicht und habe dann weitergelevelt, 90 Dungeons und unter die Top 100 zu kommen. Und obwohl ich jetzt hier nicht mehr aktiv spiele, bin ich noch immer Rang 51. Also der Charakter lebt noch. Ja, und wenige Tage danach, am 24.8. startet der Server. 22. also immer neue Server, neue Server. Ich kann gleich vorwegnehmen. Na, das kommt am Ende. Das kommt am Ende, die Statistik. So, dann wieder eine Woche danach. Am 30.8. 2012 ging Update 4.4.7 online. Da kam hinzu, eher nur so kleine Sachen, die ich jetzt überhaupt nicht benötigt habe. In den Optionen, die Itemvergleichsfunktion. Hier kann ich ein Häkchen reinmachen, Gegenstände vergleichen. Und sehe jetzt hier automatisch, okay, mit dem Item habe ich so viel Stärke mehr. Dafür Geschick, Glück und Ausdauer weniger. Ist nicht so mein Fall. Aber anscheinend haben es ein paar Leute gewünschen und brauchen das auch. Ich stelle es aus. Zum Glück kann man es ausstellen. Das war ein Teil von dem Update. Dann das WC und das, das, daran denke ich irgendwie nie. So, da, ich mache es gleich auf Server 2 hier mit dem. Das WC leuchtet nach einer Spende. Jetzt schmeiße ich hier mal was rein. Jetzt leuchtet nichts. Und hier bleibt es jetzt, auch wenn man den Browser dann wieder zumacht und alles. Dann leuchtet das. Das heißt, ich weiß jetzt, ich habe heute schon was reingeschmissen. Oh, hier kam was für den Kundschaft da raus. So, das ist mein Kriegertagebuch. Das kommt dann auch noch gleich im Jahresrückblick. Das heißt, das WC leuchtet nach einer Spende. Das zeigt an, okay, heute habe ich schon mal was reingeschmissen. Dass man sich da nicht unschlüssig ist. Und da war dann auch, das war praktisch, da wurde im News-Bereich dann auch schon angerissen, dass ein riesiges Update kommen soll. Das war das Turm-Update dann eben mit dem Spiegel und allem drum und dran. Und da hat man dann schon gerätselt. Die haben da so viel gesagt. Dann habe ich noch eine Pressemitteilung zu einer App von Plyer Games bekommen. Da stand auch noch was drin. Was eigentlich gar nichts mit Shakespeare wirklich zu tun hatte. Aber da war eben noch ein Absatz über Shakespeare. Und das habe ich dann auch in einem Kriegertagebuch dann noch erwähnt. Oh ja. Und da kamen dann die Gerüchte und was wird da passieren. Und schon langsam hieß es dann irgendwo magischer Spiegel. Habe ich auf Facebook gefunden, dass das jemand gepostet hat, dass eines der Updates der magische Spiegel sein soll. Ja und dann geht es aber noch weiter. Am 14.09. Da war dann noch mehr Gerätselei und Tage vergingen. Wurde dann aber die finale Version 1.0 für die Android App aufgespielt. Mit dem WC und auch einem Gildenwappeneditor. Weil wenn immer mehr Updates für das Spiel hinzukommen, müssen die auch in den Apps natürlich angepasst werden. Und dann eine Woche drauf. Ein Mini-Update. Punkt 451. Da wurde zum Beispiel geändert, dass das Sammelalbum jetzt bei anderen Spielern hier rechts oben angezeigt wird. und nicht wie damals links unten. Muss ich aber sagen, verstehe ich bis heute nicht. Man dachte ja eigentlich dann, beziehungsweise ich habe spekuliert und ein paar Leute auch in den Kommentaren, dass das was damit zu tun hat, eben mit dem großen Update, dass sie hier Platz machen wollen und man dann irgendwie zu diesem Spiegel oder so hier kommt. Das heißt, da klickt man dann hier irgendwo drauf und deshalb haben die den Platz benötigt und das da rechts drauf verschoben. Aber nein, das war anscheinend nur so eine kosmetische Änderung, weil hier das Zeichen für die Klasse ist und hier für das Sammelalbum und das ist dann irgendwie symmetrisch. Wahrscheinlich so irgendwie, kann ich mir schon denken. Ja, und dann war eben das erste große Tüfteln. Dann, eine Woche danach, 26.09.2012, habe ich mit meinem Magier-Tagebuch, nein, das ist ein Krieger, mit meinem Magier-Tagebuch alle Ziele erreicht. Ich habe die Dungeons erledigt, bin jetzt sogar schon in der Etage. 96.09.2012, habe ich gereinigt. Ja, und das Magier-Tagebuch war erstmal zu Ende und dann habe ich mir schon natürlich überlegt, ja, was kann man jetzt noch machen? Ich meine, Shakespeare, Let's Plays, ich spiele so viel immer die ganze Abenteuerlust, aber im Endeffekt kommt nicht so viel dabei rum zum Zusehen, weil ich eben sehr viel spielen muss für das Leveln, für die Raids, für die Dungeons, aber ich kann nicht so oft Let's Plays dazu machen, außer ich könnte ja einfach nur so, ja, ja, oh cool, ja, da mache ich einen Kampf in der Arena und so, aber ich will schon so richtig knallharte Dungeon-Action haben. Deshalb habe ich mir da in der Zeit auch immer mehr einfallen lassen, habe getüftelt, hm, was kannst du noch machen? Und dann ist es mir eben eingefallen mit, einfach, mache ich einfach so ein Tagebuch, wo ich einen Charakter wirklich jeden Tag zu 100% begleite, alles was ich mache, komplette Abenteuerlust, jede einzelne Quest, und das geht eben nur auf internationalen Servern, wo man immer die Quests überspringen kann, den deutschen Servern geht das nur in der Happy auf, um 23 bis 24 Uhr, ja, und da war eben dann das Magier-Tagebuch zu Ende und dann kam das Oktoberfest-Wochenende, 29. und 30.9. war das Oktoberfest-Wochenende in der Taverne, so ist jetzt hier irgendwo eine Quest gleich zu Ende, ich kann es einfach hier machen, im Magier-Tagebuch, so, da, hier in der Taverne war dann alles schön geschmückt, Oktoberfest-mäßig, und beim Oktoberfest noch ein Jahr davor, das war eher nicht so toll, weil da konnte man unendlich viel Abenteuerlust machen, also so viel Zeit eben der Tag hatte, so viele Minuten der Tag hatte, so viel Zeit man selber hatte, weil man kann ja nicht 24 Stunden vorm Rechner sitzen, ganzes Wochenende lang, das ganze Oktoberfest, und da haben sich einige Spieler dann gesträubt, hier irgendeine Abenteuerlust zu machen, ein paar haben aufgehört, und das war ein sehr schlechtes Event, vielleicht wollten sie den Spielern nur was Gutes tun, aber es war im Endeffekt nicht sehr gut, aber Player Games hat daraus gelernt, und eben 2012 kam das Update, 10 Bier pro Tag gratis, das war wirklich geil, das war einfach genial für alle Nicht-Pilzer, und für jeden natürlich, auch ich habe mir als Pilzer, habe ich mir natürlich auch 20 Pilze erspart, an diesen zwei Tagen, das war richtig cool, nur, was ich eben vorher angerissen habe, man konnte kein Bier kostenlos nachtrinken, wenn man nicht einen Pilz hatte, und deshalb hat da jeder Spieler einen Pilz gutgeschrieben bekommen, den sollte man sich dann natürlich aufheben, also wenn man eben 0 Pilze hat. Dann am 4.10. startete die SF Game Level 50 Challenge von mir, ich habe mir dann gedacht, okay, Kriegertagebuch, das warte ich noch, Magiertagebuch ist erstmal zu Ende, mache ich mal irgendeine Challenge, wo ich auch Preise praktisch ausschreibe, die Gewinner haben dann eine voll ausgebaute Gilde bekommen, und T-Shirts und ein paar andere Sachen, die ich so gesponsert bekommen habe, war eine sehr coole Challenge, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, war auch mal irgendwie was anderes, aber dann, als diese Challenge vorbei war, habe ich am 23.10. das Kriegertagebuch gestartet, mit diesem Charakter hier, da habe ich die Ziele etwas angepasst, denn ich war auch in einer anderen Gilde, die jetzt nicht so ausgebaut war, und wollte es mal von der anderen Perspektive her zeigen, das Kriegertagebuch ist noch immer nicht abgeschlossen, die Ziele 120, mein Level 80 Dungeons, Top 200, und drei Raids habe ich mir am Anfang festgelegt, aber weil die Gilde dann explodiert ist von High-Level-Leuten, also High-Level, höheren einfach, so Region 100, habe ich es auf 7 Raids jetzt erhöht, habe noch kein Ziel von diesen erreicht, aber das wird bald kommen. Ja, Kriegertagebuch, Start. Dann am 2.11. startete dann schlussendlich Server 23, jetzt war ja sehr lange Pause von den ganzen Meilensteinen, die hier passiert sind, und am 18.11.2012 kam dann Let's Play Shakespeare Nummer 100 von mir, auch ein kleiner Meilenstein von Spieletrend mit einem fetten Epic-Event, das war ideal getimed irgendwie, dass da zufälligerweise dann genau Epic-Event war, und da habe ich auf S14 und auf S20 so richtig die Sau rausgelassen beim Blättern, ich meine, das mache ich eigentlich jedes Mal, aber zu Folge 100 war das einfach nochmal einen draufgesetzt, und dann, einen Tag danach, kam auf Server 1 das Update des Jahres. Man kann es wirklich als dieses bezeichnen, für mich auf jeden Fall, weil es einfach das geilste Shakespeare-Update in diesem Jahr war für mich, und zwar Turm, magischer Spiegel, neues, also geändertes WC, kein Silber mehr in den höheren Levelstufen, bei Stadtwache und so ist jetzt nicht für mich so eine geile Änderung, es sei denn, es geht dann irgendwann auf mehr Gold als 10 Millionen, ja, und dieses neue Hintergrundbild hier eben, auch beim Login, bisschen frischer Wind, aber einfach genial, der Turm. Sobald man die ersten neuen Dungeons erledigt hat, kommt man in dieses Menü, Dungeon 10, 11, 12 und 13, aber in der Mitte ist eben auch der fette, geniale Turm, und da gibt es 100 Etagen, die Gegner werden immer um 2 Level stärker, ich kann einfach mal jetzt hineinschnuppern, da kämpft man allerdings mit 3 Begleitern, man hat von jeder Klasse einen Krieger, Magier, Kundschaft da, die kann man hochleveln, die kann man ausstatten, und die fetzen dann auch die Gegner weg, also praktisch wie ein kleiner Raid, und man hat 100 Etagen, schafft man eine Etage, so bekommt man 1% Goldbonus, nochmal obendrauf auf alle Boni, die man schon hat, durch die Gilde. Ja, also richtig wieder sehr viel zu tun, und das hat mich einfach nur wirklich sehr gefreut. Noch dazu der Spiegel, man kann ab Level 50 Spiegelteile finden, oder ist die Tavernenquest fertig, und zwar bei Quests, 13 Teile gibt es insgesamt, die sind wie ein ganz normaler Dungeonschlüssel, die findet man hier, hat man dann als Item, das zieht man dann aufs Bildchen, und dann wird der Spiegel voll, hat man dann den Spiegel voll, kann man einige Sachen parallel machen, ich kann jetzt, während ich in der Taverne bin, wie man vorher gesehen hat, jetzt im Turm was machen, was vorher nicht ging, ich kann auch im Dungeon was machen, und ich kann andere Leute angreifen. Das ist praktisch dieser magische Spiegel, der spiegelt mein Ebenbild, und ich bin dann praktischerweise zweimal da, einmal in der Taverne, und einmal wo ich möchte, also man kann alles parallel machen, ich kann auch irgendwie ins WC gehen, und alles was ich möchte eben, weil das auch im WC geändert wurde, wenn ich etwas hineinschmeiße, kommt das für die andere Klasse hinaus, also ich haue jetzt ein Magier Item hinein, und erhalte dann zum Beispiel ein Krieger- oder Kundschaft-Item, dass ich natürlich diese Leutelns da auch ausstatten kann, oder eben ich bekomme Epics von diesen Türmen, wo es in jeder Etage ein Epic gibt, allerdings leider nicht für die eigene Klasse, außer Schmuck, den kann man tragen, sondern nur eben, wenn ich jetzt Magier bin, nur Kundi- oder Kriegersachen. So, wo waren wir nach diesem wirklichen Highlight-Update des Jahres, von mir bezeichnet jetzt so mal. So, dann, das Update kam dann erst ein paar Tage später auf alle Server, Server 1 ist immer der erste Server, der die Updates bekommt, einfach wenn sich ein Fehler einschleicht, und es haben sich Fehler eingeschlichen, dass die nicht gleich auf allen Servern oben sind. So, da la, dann, 1.12. war Event-Monat in Shakes & Fidget, also im Dezember war jedes Wochenende irgendein Event, Erfahrungspunkte-Event, Gold-Event, Epic-Event, einfach für Weihnachten, und kurz vor Weihnachten war dann auch noch mal ein geiles Epic-Event-Geblättere von mir. Und am 21.12. startete Server 24, dann ging die Welt unter, doch sie ging dann wieder auf, deshalb sind wir jetzt wieder hier, und das war es soweit. Es startete dann auch noch die iOS-App, also für iPhone, iPad und alles, was irgendwie ein Ei davor hat, nur kein Spiegelei, weil sonst müsste es ein Ei-Spiegel heißen, aber das passt nicht so ganz. Die startete noch am 13.12. Und damit endete das ja eigentlich mit diesem genialen Epic-Event noch am Ende und mit der iPhone-App. Ja, das war 2012. Das war wirklich sehr 2012. Also es hat sich echt einiges getan, vor allem für ein Browser-Game. Klar, ein MOABG, das bekommt immer mal Add-ons, Updates, Expansions, Erweiterungspakete draufgeklatscht, aber bei einem Browser-Game, da ist meistens schon alles irgendwie fix, und was man machen kann, vielleicht neue Items zu irgendwelchen Events, oder das, oder jenes, aber einen Turm, sowas fettes noch einbauen, oder einen Spiegel, so eine riesige Funktion, dann ein WC, ein Gildenwappen, also zusammengefasst, ist hier so viel passiert in dem Game einfach, und wenn es 2013 so weitergeht, es wurde ja auch angekündigt, aus einer Pressemitteilung habe ich das erfahren, dass Splyer Games, die Shakes'n'Fidget-Macher, an einem neuen Browser-Game arbeiten, welches Shakes'n'Fidget und alles andere, was sie daraus gelernt haben, irgendwie kombiniert. Oh mein Gott, das wird genial. Also ich hoffe, dass es genial wird. Ich glaube, da zeichnen sogar Marvin Clifford und Oscar Pannier auch, die diese Comics eben gezeichnet haben, weiß man nicht. Ja, zusammengefasst, sechs neue Server, also laut Adam Riese zwei Monate ein Server, also schon recht viel, so im Durchschnitt jetzt, alle zwei Monate ein Server, kann man so sagen, es wird eigentlich nicht viel weniger, es melden sich immer noch die einige tausende Spiele an, also irgendwas 3000, 4000, 5000, irgendwie sowas sind es immer am ersten Tag dann gleich, was eigentlich immer fast um 16 Uhr ist, dass solange die neuen Spieler nicht abreißen, wird es immer neue Server geben. Ja, und mein S14-Charakter ist gekommen von Level 205 bis 288 oder 287, was in etwa, ich habe alle 3,2 Tage ein Level ab, was eigentlich, wenn man so betrachtet, viel ist, aber es wird natürlich von Level 205 auf 206, ging es schnell, immer schneller, immer schneller, aber jetzt wird es immer, 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 immer langsamer, aber bin ich dann gespannt, wenn ich dann die 2013er Jahresrückblick mache, wie viele Levelups ich dann hatte, also 300 ist auf jeden Fall drin, aber so 310, ob ich das knacken kann in einem Jahr, weil es wird wirklich extrem langsam, aber die Skillpunkte, um die geht es auch hauptsächlich, da skillt man sich ordentlich hoch, man kann sich rein theoretisch auch ausrechnen, auf wie viel, wenn man wirklich jeden Tag was in die Toilette schmeißt, auf wie viel Aura man kommt, weil jedes Mal an der Toilette ziehen, erhöht sich das Mana um 50, was man pro, pro Aura-Stufe benötigt, ich bin jetzt bei 900, das heißt, kann man sich auch ausrechnen, wenn man möchte, wie hoch ich da komme, ansonsten war das erstmal jetzt, so von den Terminen, von den zeitlichen her, der Jahresrückblick 2012, ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass noch so viele Updates kommen, nach drei Jahren Geburtstag, ich habe mir schon oft die Frage gestellt, auch wie lang wird es Games eigentlich geben, wie lang wird ein World of Warcraft noch online sein, wie lang werden die dort noch neue Server, neue Updates produzieren, neue Server betreuen, und solche Sachen, und genauso natürlich auch bei Browser Games, wann ist das zu Ende, es ist momentan noch bei weitem kein Ende in Sicht, und solange ich nicht mal die 130 Dungeons, ich glaube es wird sogar S20 früher passieren, weil ich da mehr Erfahrungspunkte habe, einen höheren Bonus, vielleicht schaffen wir mal auch noch ein paar Raids wieder, wenn ich noch ein bisschen steige, wenn die gesamte Gilde noch ein bisschen steigt, aber ich werde auf jeden Fall nicht aufhören, bis ich mal 130 Dungeon Etagen gereinigt habe, das habe ich mal gesagt, und ich möchte es unbedingt mal, ich möchte einfach nur mal sagen können, ich habe das Spiel durchgespielt, obwohl man es nie durchspielen kann eigentlich, selbst nach 130 Dungeon Etagen ist es nicht aus, dann kommen noch die Türme, selbst wenn man die hat, ist es nicht aus, es ist eigentlich nie aus, es gibt kein Maximallevel, auch wenn es keiner so richtig weiß, aber angenommen es gibt intern eines, und das erreicht irgendwann jemand, dann erhöhen die das, ganz sicher, es wird nie in so einem Spiel, das ist einfach ein unendliches Spiel, da wird es nie ein Maximum geben, oder es wird nie maximale Skills geben, es geht einfach immer unendlich, unendlich, unendlich weiter, jetzt werde ich nebenbei nur kurz hier so ein paar, wohl den möchte ich gar nicht hier auf Server 14, da ein paar mal den Dungeon probieren, während ich noch rede, aber ja, es wird einfach immer unendlich, unendlich, unendlich weitergehen, es werden zwar keine neuen Dungeons, höchstwahrscheinlich kommen, obwohl das auch niemand sagen kann, auch wenn es schon mal offiziell im Forum stand, dass nach dem 13. Dungeon Schluss ist, weil einfach sonst bekommen die nie welche zu Gesicht, vielleicht kommt dann irgendein Turm 2.0, oder noch irgendwas, oder noch irgendein Update, oder noch eine Änderung hinzu, also bin ich wirklich gespannt, und ansonsten, sollte wirklich das neue Browser Game ein Hit werden, was eben irgendwann 2013 rauskommen soll, dann, ja, hat man auf jeden Fall wieder einiges Neues, und ich bin wirklich gespannt, weil man muss wirklich sagen, ich denke mal, Player Games hat jetzt einige Erfahrungen gesammelt, auch, und wenn die jetzt, Shakes und Fidgets sagen, wir nochmal von Anfang an komplett neu machen könnten, oh, das wäre ein geiles Spiel, das wäre ein geiles Spiel, ich würde auch wirklich gerne, oh, das gibt es ja wohl nicht, da schaffe ich ihn und bekomme eine Waffe, ich habe gar nicht damit gerechnet, ich schwöre es, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den jetzt schaffen kann, ist das, Silberner Seelenärter des Sensenmans, das ist mal ein Jahresblück, blück, 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 ein blares Blückblick, ein Blick nach Blah, blub, blab, blib, nicht mal ein Level Up, das hätten ruhig mehr Erfahrungspunkte sein können, das war hier von hier, so in etwas so, aber da schaffe ich den doch tatsächlich, und bekomme eine richtig geile Waffe, eine richtig geile Waffe, eine richtig, habe ich schon gesagt, eine richtig geile Waffe, eine richtig geile, einfach nur richtig geil, Hammerhart, ich glaube, ich drehe am Rad, das gibt es ja wohl nicht, da schaffe ich den Schlawiner tatsächlich, alter Schwede, gibt es denn das, also damit glaube ich, kann 2013 wirklich kommen, alter Falter, da hat es mich gerade umgehauen, 10.690 Geschick, da haut es mich auch gleich um, das ist ja nicht mehr normal, das gibt es ja nicht, wow, bähm, den will ich gar nicht so viel versuchen, weil da, da werde ich noch Passivraucher hier, ui, 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 ich denke mal, das war sauber, das war jetzt ordentlich, also das kann man auf jeden Fall noch, Jahresrückblick dazuzählen Anfang Januar Schilling besiegt Dungeon 125 Endlich Genial Einfach nur genial Total, total, genial Das heißt jetzt pushe ich Geschick Jetzt habe ich als Stärke eher höher gehalten Ich mache das immer, welcher Dungeon Gegner als nächstes kommt Und jetzt ist also Geschick dran Saubär Das war ein richtiger Saubär Und es war Saubär, dass ich den Saubären endlich In die Höhle der Saubären Verbannt habe Juhui Somit starten wir ins Jahr 2013 Ich habe noch nichts gehört irgendwie von Geplanten weiteren Updates Und man muss auch ganz ehrlich sein Nach so einem riesen Update wie dem Turm Kann man jetzt glaube ich Mindestens ein halbes Jahr Jetzt nichts mehr so riesiges erwarten Eher nur so kleine Sachen wie Einfärbungen der Namen für sowas Oder Änderungen am Gilden Chat Irgendwelche Anpassungen Aber sowas ganz riesiges Kann man jetzt einfach Eine Zeit lang nicht erwarten Aber Ich bin schon sehr gespannt Was Player Games da noch raushauen wird Ich kann es gar nicht glauben Dass ich den jetzt geschafft habe Ich muss wirklich nachschauen Ist das hier S14.sfgame.de 125 Dungeons Ich kann es nicht glauben Ich kann es nicht glauben Hier steht Schilling hat Etage 5 Des Dungeons der Turm bewältigt Ich kann es gar nicht glauben eigentlich Es ist unglaubbar Unglaublich Unbezwingbar Hammermäßig Ich freue mich Ich freue mich wie ein Wiener Schnitzel Und so eins bin ich auch Das heißt ich bin gleich 2089 Und dann wird es ein neues Turmetagen Let's Play geben Weil dann kann ich meine Begleiter Drei Level hochstufen Seit den letzten Versuchen Das heißt Ich bin dann drei Level höher Alle Begleiter sind drei Level höher Und der nächste Gegner ist aber nur zwei Level höher Als wie ich ihn damals geschafft habe Den vorigen Das heißt den müsste ich schaffen dann Wenn alle gepusht sind Oh yeah Aha 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 Genau Was vielleicht kommt Ist die Grenze 10 Millionen Gold Auf eine Milliarde anzuheben Ich weiß nicht Wie krass das programmiertechnisch ist Ich hoffe die schaffen das Ansonsten Bin ich raus 2012 War ein geniales Jahr Hat mich sehr gefreut Auch danke an alle Die mir irgendwie geistige Unterstützung geben Im Sinne von Tipps Eben Welche Themen ich behandeln kann Was ich hier machen kann Worüber ich in den Tagebüchern reden kann Und einfach solche Sachen Das Feedback Macht einfach die Videos Zu denen Zu denen die sie sind Und kombiniert Feedback plus Schilling Ist einfach Let's Play Shakes and Fidgets 125 Dungeon Etagen Und das freut mich Wirklich sehr Und damit Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss